Das ist doch ganz normal, oder? Das ist das Wüstenmeer. Oh, ich bin gestrandet. Das ist ultimativ geil. Du kannst ja auch noch schneller machen. Ich shift. Oh, ich bin ausgestiegen. Wie durch Doppel-W, oder? Ja, Doppel-W. Warte mal, wir haben uns geboxt. Warte, warte. Was ist das für ne Scheiße? Isama! So findet mir Atlantis. In der W...